So, dann sind wir wieder zurück zu Let's Play Far Cry 4. Ich habe keine Ahnung, was das war. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Wette die Geiseln, Bruder. Ja gut, alles klar. Können wir ja machen. Ist ja nicht das Problem. Keine Ahnung, was es eben war, aber auf jeden Fall, ja. Jetzt hört man sie wieder reden, oder? Nein, du bist keine Trottel. Hier, du, was bist du? Der goldene Pfad muss Bader und seine Anhänger töten. Ist hier irgendeine süße kleine Schnallung oder sowas? Du? Nein. Der hier ist tot aus. Richtig irgendwie so blind oder so? Nein. Nein, nein. So, ähm. Warte, jetzt habe ich nicht überhaupt noch Kohle. Ich wollte ja noch so ein... Oh, Fähigkeiten, stimmt. Ähm. Wie habe ich denn jetzt überhaupt einen? Sehr. Oh, sehe ich viel schneller. Okay, diese Spritze markiert Gegner- und Tierpositionen. Okay, Schein-Spritz hätte die physischen Schaden Nahkampf verringert. Okay. Ähm. Ja, ist alles ganz schön. Das ist das Fahren. Wirkliches Ziel. Ähm. Beuce-Takedown. Messerwaffe-Takedown. Tod von oben. Tod von unten. Pistolen-Takedown. Seen-Takedown. Allzeit-Bereit. Freizeitschütze. Bergversetzen. Ähm. Was nehmen wir denn jetzt hier mal? Die Täter will ich noch nicht so ungefähr. Unbedingt. Äh, so. Fokus-Spritze. Ich fahren dreht, will ich nicht. Ach, die kann ich doch gar nicht lernen, ne? Ah, ja. Schon klar. Jo, was machen wir denn? Das ist mit diesen Vieren dann hier. Das kostet auch zwei. Ich will gar nicht mehr das Fahren. Hm. Dann machen wir das hier. Nee, das kostet zwei. Kacke, reicht ja gar nicht. Hm, ach, Mann. Jagdspritze. Äh, nee. Dann machen wir doch lieber einen Takedown oder sowas, ne? Du blöderst Gegner automatisch sperren. Das kostet zwei. Hm. Das würde ich gerne machen. Stimmt, wir sind hier auch verheißen, weil wir nicht so farblich vorgerufen sind, ne? Das wäre cool. Auf jeden Fall hier. Beute-Takedown. Da bräuchte ich die nicht mehr plündern. Und das dafür spare ich jetzt auch erst mal. Gut, ab geht's. Hopp. Reicht das jetzt eigentlich schon für mein... Wo war denn jetzt der Laden? Ich wollte doch noch... Sag mal. Nen... Na, Olle. Ja, klar. Komm her. Ich wollte ja noch was kaufen. Verkaufen. Hab ich was zum Verkaufen? Äh, Güffel. Ja. Verkaufen, war klar. Alter Porno. Verkaufen, war... Ja, klar. Stauband. Ah. Alter. Plastiktüte. Ja, klar. Kaugummi. Die kauft doch alles, die Olle, ne? Shangri-Lager. Heroin-Dosis. Was? Mehr nicht? Äh, wie will ich das Blatt? Null. Seh mal auf. Fotos eines Zwerges. Äh. Verkaufen wir alles. Voltmeter. Oh, vielleicht der mit. Mhm. So, Bandfeet. Wäre schön. Standard. Fuhlen. Äh, verkaufen wir auch. Gut, alles klar. Da haben wir ja alles verkauft, ne? Ja. Würde ich doch mal sagen. Und jetzt können wir kaufen. Körperpanzer, ja. Hals spritzen, ja, ja. Äh, wo ist es denn? Baffen. Zwar die. Ach, gibt's dafür gar keins? Ach, ist ja blöd. Ich dachte, ich könnte ein... Irgendwas verkaufen. Schalldämpfer, sonst irgendwas. Naja, ist ja blöd. Naja. Ist ja schon so ein bisschen... Waaah. PKM, das will ich nicht, ne? Hier wäre ich nicht schlecht, ne? So. Na gut. Einzigartiges Sensenmann. Was ist das denn? Ach so. Was war denn sonst noch hier? Boah, MG42. So, nicht schlecht, nicht schlecht. Ach gut, das ist noch ein bisschen was. Flammenwerfer. Naja, gut, okay. Okay, wenn das so jetzt nicht geht, Seitenwaffen, die wir mal aus. Gegenstände, was können wir jetzt hier mal kaufen? Haftenmedien will ich nicht unbedingt. Hm. Hm, hm. Was ist hier? Bände, mehr Kampagnenmissionen. Ach so, ja, 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 da komme ich von einem da voran, ne? Könnte ich mir also jetzt Körperpanzer kaufen? Und Heilspritzen. Machen wir einfach mal gucken. Ein Körperpanzer kaufen. So. Es kostet nachfüllen. Ach, Munition ist voll, ne? Aus Krieges hast du Glück, dass du noch Sachen kaufen und verkaufen kannst. Klar. Ich bin eher nur ein Exportmanager, das ist ganz leicht. Namaste. Das kann nicht das Ende von Banapur sein. Das kann nicht sein. Ach, guck mal, schon, wenn ich abgedeckt, ne? Kann ich dir jetzt voll noch mal plündern oder so? Hm. Da, Schneckchen. Alles klar. Hier irgendwas. Ach, kann ich keiner mehr plündern? Naja. So, ich will mal gucken, wo das jetzt hier... Ach, ich will nicht das. Karte. Wo ist denn das? Kann ich da hinfliegen? Hm. Boah, ich fahre da auch, ne? Ach, ich glaube, das ist einfach, wenn ich da hoch fahre. So, komm, hoff mit dir und los geht's. So. Fahren wir ein bisschen, da kann ich ein bisschen fahren üben dabei. Weil es flinkt hier noch grau und voll. Ja. Ist irgendwas? So, nein, nicht da runter, los, wie lang. So, gib Gas. Vielleicht können wir irgendwelche Tiere über den Haufen fahren. Ist ja auch cool. Alles klar, was? Ist ja gar nichts, was man hier über so umfangen könnte. Da bin ich jetzt hier lang. So, wo hat denn jetzt? So, los, 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 los. Gott, wann, das ist schön. Ich muss hier lang, ne? Komm, gib mal Gas. Ist ein bisschen blöd, wenn man nur mit dem linken Stick hier so fährt. Das ist ein bisschen. Ich muss mal gucken, was ich rumstellen kann, weil... Das ist nicht ein bisschen so blöd. Hm. Lang, ne? Ja. Da kommt schon. Hier habe ich doch jetzt mal gejagt, oder? Hier sind doch noch, gibt es doch so Tiere, ne? Was sind denn welche? Da könnte ich noch was mitnehmen. Wenn wir schon mal auf dem Weg sind. Ich meine, er bietet sich das ja an, oder? Ist ja nicht mehr weit. Dann machen wir es doch mal zu Fuß. Hopp. Vielleicht findet sich hier noch irgendwas hier. Wer weiß, wer weiß. Tierchen, hallo. Gar nichts mehr hier. Aber so aktiv war ich doch noch gar nicht hier. Oh, ein Auto. Da ist nix. Aber wie lange... Was ist das denn da? Was ist das denn? Da hab ich jetzt auch noch neugierig. So, hab ich euch. Hey. So. Zack. So, auch mal durchsucht hier. Gibt es denn jetzt nix oder irgendwas für mich hier? Hm. Irgendwas. Auch nix. Gar nichts zum Plündern. Ist ja ärgerlich. Das ist ja kacke. Ich hoffe, ich jetzt irgendwo mit da draufschießen kann, ihr. Na ja, gut. Dann gehen wir halt so weiter. So, warte mal hier. Irgendwo hier unterwegs ist ein Tierchen oder so, was man nicht mal so jagen könnte. Ach. Ist ja auch gar nix, ey. Checkpoint, sehr schön. Wir machen heute ein bisschen zwei Geiseln. Ach, ich rette mehr. Wo seid ihr denn jetzt? So. Wo muss ich jetzt überhaupt denn? Ist das jetzt da oben? Ach, guck mal. Ich komm von hier wahrscheinlich auch hoch, ne? Dann versuchen wir das nämlich auch mal. So. Komm auch mit hier los. Zieh mal zu. Zack, zack. Ja, weißt du, irgendwo ein bisschen was. Hätte müssen zwei Geiseln, klar. Ach, hier ist die Kiste. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Ein bisschen mit der Kamera arbeiten, würde ich sagen. So. Oh, ja, wie macht das mal mit der Kamera schon? Keine Sorge, Keine Sorge. Gut, auch noch einen. Wer ist denn der Geisel? Okay, da ist einer. Da ist einer. Da ist auch noch einer. Was möchte er mit? Hm, komm ich irgendwie da hoch. Ja, ich weiß noch, irgendwie schwerer zu erkennen, das ist mir schon klar. Aber ich versuche mal hier hinten rum zu kommen. Dass ich mal von hinten gucken kann, was da ist. Klar. Setzt mich nicht unter Druck, ihr braucht mir das nicht zu sagen. Es kommt ja noch mehr, sind oder so. Dann schauen wir doch mal. Ein bisschen aus dem Gebüsch hier. Schleichi, schleichi. Darum ist auch keiner. So, okay. Jetzt mal hinten da noch ein bisschen gucken. Da ist da jetzt nämlich auch noch einer. Da haben wir nämlich schon vier jetzt. Vier Gegner. Da ist bestimmt irgendwo noch einer, den ich nicht gesehen habe. Da zum Beispiel. Okay. So, komm her, komm her, komm her. Schön. Schön langsam hier rum, ne? Ach, erst mal in Ruhe. Okay, da komme ich hoch. Okay, da ist auch noch einer. Genau, genau wie davor. Was? Kacke. Gescheitert, okay. Dann nochmal neu. Ist egal. Macht nichts, versuchen wir einfach nochmal neu. Ja, ja, haben wir auch gemacht. Komm, haben wir uns ja gekauft. Ja, klar, wir hätten mindestens zwei auf jeden Fall. Keine Sorge. Für was mit Schaltdämpfeindlichen noch an? Hier ist es die da oben los. Hä? Was ist bloß das? Ja, gut, nehmen wir mal das. Ich sag auch, wie hier ist. Ja, komm schon jetzt. Schneller, schneller. Bin ich jetzt hier überhaupt? Bin ich da an einer anderen Stelle oder nicht? Ich mach jetzt los. Gleiterweise schneller. So. Okay. So, jetzt kommen wir jetzt lang. Wo geht's lang? Gucken wir hier doch hoch, ne? Klar. So, ab in die Hocke. So, jetzt haben wir müssen zwei Geisel. Okay, hier sind wir recht oberhalb, ne? Vielleicht auch eine ganz gute Stelle hier, denke ich immer. Gucken wir mal, wo waren sie jetzt überall. Da noch mal welche. Das war auf jeden Fall mehr. So. Gucken wir mal von hier jetzt. Ah, dann brauchen wir noch einen, siehst du? Was machst du denn mit dem? Du musst ihn ja mal in Ruhe, du Lappen. So. Ja, wir müssen zwei Geisel. Ja, wir müssen mal sehen, wie wir das jetzt hier ein bisschen vernünftig machen. Das hat keiner gemerkt, oder? Gut. Okay, jetzt noch hinten den. Ich frage, ob wir es denn jetzt überhaupt von hier schaffen. Ich denke in dem. So, ist tot. So, dann haben wir auch. Die töten mich, wenn sie rausfinden, dass ich nicht zahlen kann. So, hey, keine Panik, keine Panik. So. Bist auch tot? Sehr schön. Funktioniert wie ein Spießchen, wollte ich gerade sagen. So, mal sehen, dass wir die anderen beiden da oben auch noch irgendwie kriegen. Und vor allem, aufpassen, nicht, dass hier irgendwo noch eine rumgeilt. Oh, was ist das denn? Der ist doch nicht verletzt hier, oder? So, dann müssen wir ein bisschen so jetzt hier. Gut, okay, wenn der lang wieder da beschäftigt ist, dann können wir ja eigentlich da von der Seite so wunderbar... So, komm mal, ey, ja. Du bist tot und jetzt kommst du noch dran. Auch tot. So, das war's, ne, oder? Die Geiseln sind sicher, Sabal. Du machst deinem Vater alle Ehre, AJ. Genau das war sein Absicht. Deshalb gründete er den goldenen Pfad, um seinem Volk zu helfen. Hey, ich bin nicht wegen meinem Vater hier oder wegen dem Kram. Wir könnten trotzdem Hilfe brauchen. Sieh nur, was du bisher schon erreicht hast. Ich weiß, ich verlange sehr viel von dir. Aber wenn du dem goldenen Pfad hilfst, bringe ich dich nach Lakshmana. Das verspreche ich dir. Wir finden es gemeinsam. Danke, Sabal. So. Wir haben noch eine Truhe.